Und was hast du für Fächer gerade im Moment? Ähm, Fertigungstechnik... Ja, wir sind in der neuen Map. Wir sind in der neuen Map. Kann mir jemand sagen, wo ich hin muss? Links von mir ist jemand! Hi, Schatz! Lauf mal vor, vielleicht bist du gefangen. Ja, da ist das, Anna! Hi! Okay. Äh, 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 da kommt schon einer, oder? Ne, das sind diese Dinger hier irgendwie. Oh Gott, gucken wir uns erstmal die Map an. Äh, Schatzi, wo bist du? Oh, der Killer kommt. Oh, fuck, fuck, fuck! Ach, das ist aber nicht der neue, okay. Ich komme mal zu dir, Anna. Hier vorne war einer, aber ich glaube nicht, dass das da ist. Ja, lauf, guck mal erstmal ein bisschen rum. Der ist direkt vor dir, pass auf. Ich weiß. Boah, das ist die Jägerin. Und sie hat mich gleich am Arsch. Oh Mann, ey. Ey, das ist aber total übel für die Jägerin. Super zu, äh, dingsen, weil... Ich bin hochgegangen, so ne, so ne Treppe, die ist durchsichtig, also die konnte da durchwerfen mit ihren Beinen, ne? Ganz übel. Äh, ich fühl mich irgendwie... Ja, ihr seid jetzt alle bei ihm. Ne, ich werde schon geholt von... Ja, ja, Anna nicht mehr. Von Flo. Achso, das war... Oh. Ist das hübsch hier? Hier geht's so hoch. Anna, hinter dir, da geht's... Achso, wo? Sorry, lauf. Ja, ich komm zu dir, bitte. Äh, sie ist bei mir wieder hier. Ist aber irgendwo hier in der Nähe. Huh? Warum fängt sie an zu schnallen? Ist bei dir? Okay. Wieso schneid's hier? Ne, das ist Asche. Achso, stimmt. Oh, Flo kommt gleich zurück. Ja, ja. Achso, siehst du ihn auch? Ähm, ja, ich hab Bond dabei. Entschuldigung. Lass uns mal hochgehen am besten. Ja. Jetzt geht ja auch so hoch. Der Typ. Ey, das ist ja echt wie bei... Ach, hier kannst du runter springen. Nein, sie kommt zu mir. Also sie mich hat sie verloren. Ja. Okay. Und hier kann man glaub auch... Oh! Äh, Silke! Hi! Hey! Ja, warte. Achtung, sie kommt. Sie kommt gleich. Warte. Wahrscheinlich jetzt direkt von hinter mir oder so. Nee. Ach, hier hat Anna gefunden. Sag mal, warum schaffen die das immer? Ist immer noch... Ist immer noch diese Bug, dass man so... Uhuhuhuhu! Hi! Ich hing hier hinter der Mülltonne. Hi! Oh, die Map ist ja ziemlich klein. Scheiße! Ja. Meine Fresse, sie ist... Warte, ich hol dich sofort. Ich kann nicht... Nee, nee, ich hab schon... Silke hat mich schon gefarmt. Oh! Gefarmt! Nein, du hast ne liebe Zeit. Ja, und ich hab sie gestunt. Nicht, jo! Oh, da kommt auch hier hoch. Was? Sorry! Was machst du da unten im Keller? Wie bist du da hingekommen, Flo? Ha! Oh, sie ist hinter dir! Ach, hier! Sie muss nicht ducken für die hoch! Oh, fein! Das würde mich jetzt erschrecken! Kann ich sie dir abnehmen? Ich bin mir da ge... Ach, scheiße! Lass uns mal irgendwie einen Generator suchen oder so. Ich weiß gar nicht... Ja doch, die sehen ja noch so aus wie sie uns auch. Ist natürlich jetzt scheiße, wenn sie Barbecue hat. Ich reinnehme jetzt einfach mal so wild hinterher. Das hat schon mal angezogen. Ja, ich häng hier mal ein bisschen rum. Äh, Schatz, bist du deiner Nähe? Ich bin mal in Ruhe bis hier im Camp. Die latscht lauter Kreis hier im Licht. Ja! Ähm, ich kann übrigens selber runterspringen, ja? Da ich dich abgehangen hab. Wo ist sie? Ich weiß nicht, genau. Ha! Sie hat mich nicht getroffen! Ha! Die kommen von links? Pass auf! Wieder nicht getroffen! Nee! Äh, ihr Lieben, ich komm zu euch, damit ihr mich vielleicht heilen könntet. Achso, ich dachte, du hast ein Killer dabei! Nee, zum Glück nicht. Ja komm! Hallo! Sie hat mich verloren! Sie hat mich verloren! Bewegst du dich jetzt mal nicht? Danke! Ich hab übrigens die Befreiung jetzt endlich auf 3! Ohohoho! Hm! Sie ist weg von mir! Sie ist wieder bei mir! Was denn? Sie tigert hier rum! Sie tigert hier rum! Ich bin in diesem Kontrollzentrum da, wo wir eben waren, weißt du? Sie ist hier grad aus. Aber ich geh mal hoch, ich guck, ob da ein Generator ist. Oh, hier geht sie ja wirklich richtig hoch! Jaja, da gibt's noch 2 Etagen und was! Boah, ich glaube aber sie folgt uns! Da links war grad... Scheiße! Ich wollte mich hinter der Tür verstecken! Oh Scheiße! Das ist so ein Scheißversteck hier! Oh! Hi! Hi! Das sind Verhörräume hier! Echt, hier geht's auch mal hoch! Hier ist nichts! Oh, was ist das? Nee, hier geht's nur runter! Chaos, das erste Mal auf der neuen Meldung! Ja! Ja, sie verfolgt mich, sie verfolgt mich, gell! Ähm, Jupp, ich suche hier grad'n Jen! Wir haben Leiche geholt! Ich bin am Ausgangstor, aber da ist'n Jen! Aua! Scheiße! Oh ja, ich geh! Wo bist du? Da! Ich seh' ihn! Meintest du jetzt den Lars oder meintest du den Jen? Ja, ich meinte Lars! Ja, wir jetzt im Ausgangstor, nicht in die Richtung gehen, ne? Dann sind wir... Da ist ne Sackkasse, ne? Nein! Sie hat mich abgeworfen! Wir sind geradeaus von dir! Komm, 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 komm! Ah, das wird knapp, aber das zoffen wir noch! Die kommt straight hier hin! Ich lauf... Ne, nach hier dürfen wir nicht! Ja, ich weiß, sie werden mich nur verstecken! Die ist irgendwo bei mir... Die ist direkt vor mir, die Rechtsrackpunkt! Ja, die hat ein paar Campo-Eigenschaften! Sie kommt zurück! Danke, Lars! Gern! Du hast geliehene Zeit! Arsch! Ich komm mal zu dir! Ähm... Also... Ja, das ist gut! Die Richtung ist gut! Die kämpft aber total, ey! Hast du's geschafft noch, ja, ne? Ja, irgendwie... Irgendwie... Aber ich bin jetzt hochgerannt, ich glaub, die verfolgt mich! Warte mal, hier unten geht's noch weiter! Ey, wo ist denn noch ein Jen? Ich suche einen Jen, die wird kloppt hier grad! Ja, wir laufen dir mal hinterher! Ich glaub, sie hat mich verloren! Ich glaub, sie hat mich verloren! Aber die ist immer noch irgendwo bei mir in der Nähe, glaub ich! Irgendwo hab ich noch immer... Das sind auch ganz viele Leichen! Hier hinten war doch noch einer! Warte mal, war links grad nicht einer drin? Äh, keine Ahnung! Ah, hier hinter ist einer! Ja, Alter, das selbst dann halt... Oh, ich krieg diese scheiß Tote mich am Visier! Wow! Ah! Du... Eumel! Ich geh mal nach oben! Oh fuck! Die ist wieder bei mir in der Nähe! Die ist unter dir! Nein, sie ist überall! Ich bin mit dir oben! Hallo! Ach, wir sind oben! Oh, hi! Oh, geh weg, geh weg, geh weg! Scheiß, ne! Ich bin echt... Oh, ihr seid da drüben! Ja, deswegen! Ich hab mich gerade umgedreht! Ich denk, scheiße! Ach, hier ist das Viech drin! Ihr müsst mal in diesen Karton gucken! In dem einen Runde kommen! Ist so ein Tier drin! In so einem Käfig! Äh, rechts! Geradeaus! Und dann rechts! So! Ich häng auf der Treppe! Zwischen dem Obergeschoss und dem Untergeschoss! Aber ich denk mal, die Wäsche runter! Ja, ich bin voll... Ich bin direkt unter ihm und bei ihm! Ich hol ihn! Unter ihm und bei ihm! Ich hing ja schon! Scheiße! Oh, ich hab gar keinen Bauern! Oh, sie kommt wieder! Sie kommt wieder! Oh, scheiße! Lauf! 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 Er schreckt mich doch nicht so! Oh! 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 Hier ist Schnissackgasse! Hier ist Schnissackgasse! Nein, es ist nur noch! Die waren über uns! Also, er ist runtergesprungen gerade! Hast du sie noch? Na ja, sie ist hinter mir, ja! Nicht nach rechts! Nicht nach rechts! Nein! Nein! Ja, sie hat mich! Aber komm! Nimm mich auf! Komm! Bitte! Nimm mich auf! Ich muss weg, Silke! Ja, ja! Ich find das Vieh hier im Käfig nicht! Nein, nicht in die Richtung! Dann sieht die mich doch! Sie kommt durch die Mitte! Funktioniert die Strike? Ja, ja! Ja, ja! Sie geht nach oben! Ja, weil ich oben wieder bin! Ja, du bist unten gewesen! Ja, danke! Mach nix! Der Jan ist gleich durch! Mach weiter so! Mann! Ich liege in der Palette genau! Scheiße! Der ist tot! Ich bin da! Nein, nein, nein! Jetzt, jetzt, jetzt! Och Scheiße! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin jetzt tot! Sie hängen mich wieder dahin, wo sie mich eh hin! Also die Totems sind gerne mal an diesen Kisten und Fässern und so! Eins ist weg! Komm, noch zwei Chance müsst ihr machen! Also ich bin jetzt auch tot, Leute! Achso, du hinkst auch schon. Hey, jetzt blinkt da unten der Balken auf, wenn man... liegt. Du bist am Jen, oder? Ich bin am Jen. Scheiße, wie komm ich jetzt zu dir? Hilfe, ich bin hier hoch! Hä, wo bist du denn da? Da war ich noch gar nicht. Ja, das habe ich auch gerade erst gefunden. Das ist jetzt das Kontrollzentrum, oder was, ne? Da oben ist auch noch ein Jen. Kommst du auch nur so hoch, ne? Da kannst du durch das Loch springen. Da kann sie dich nicht hinten, hinter dir. Wenn sie die Treppe hochkommt, musst du da durchspringen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ui, ist ja hübsch da. Ja. Oh, das ist so eine ekelhafte Lautstärke. Ich höre gar nicht, ob sie jetzt kommt oder nicht. Ja, das ist irgendwie abartig laut. Komm schon Flo, danach müssen wir nur noch einen machen. Ja. Oder ein Schlüssel, Finn. Hast du keinen Schlüssel gefunden? Ich habe noch nichts geöffnet, ne. Nein, da müsste die Treppe eröffnet sein. Jetzt zumindest sichtbar sein. Oh, sie kommt, sie kommt. Ja. Nein, da habe ich extra ausgetan. Ja gut, dann nehme ich noch eine mit, okay? Sie ist aber wieder weg, ich höre sie nicht mehr bei euch. Die Frage ist, wo noch ein Jen ist. Ja. Das ist echt unübersichtlich. Das ist schlecht. Da war ich schon zwei Mal jetzt. Aber ich glaube, da kannst du drüber springen als Survivor, ne? Wenn du da oben bist. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ob ich... Vielleicht ist hier oben ein Generator. Ne, aber ich glaube, sie kommt wieder. Ja, ja, sie kommt. Aber das ist ja auch für die Killerin... Du musst ja auch erst in jeden Raum gucken, ne? Hier ist ja wirklich... Ja gut, wenn du dich einmal durch teleportieren kannst, ne? Wenn du einen neuen Killer spielst. Ja, als Geist ist es bestimmt gut. Ja, na gut. Hier ist ein Jen. Hier ist ein Jen. Hier. Oh, ganz beschissene Stelle, aber... Richtig beschissene Stelle. Da könntest du zu zweit auch noch dran, ja. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Ja. Ich höre sie aber leicht. Unsere Asche ist... Der Nebel ist noch in der Luft von uns. Ich höre sie. Die ist hinter dir. Die ist hinter dir. Die ist hinter dir. Ja. Huhu! Hallo! Aua! Yes. Denkt mal, ich kann vom Haken springen. Also mach in Ruhe. Ey, der Sprung, den er hat, der ist übel. Ich wusste es. Warum hattest du die nicht... Das hätte die stunnen müssen. Eigentlich ja. Aber ich guck... Ich hab dann Panik. Ich guck da nicht zurück. Also mach in Ruhe den Jen weiter. Oh, sie kommt in deine Richtung. Geh weg, geh weg, geh weg. Ne, ne, mach weiter, mach weiter. Runter, runter. Kommt runter. Ah, jetzt. Scheiße, jetzt kommt sie. Ja, das hatte ich gesehen. Scheiße. Nein, sie hat dagegen getreten, jetzt zieht sie mich erst. Tschüss. Sie kommen zu Silke, geh wieder an Jen, Schatzi. Bin schon auf dem Weg dahin. Einmal im Kreis laufen quasi. Ich versuch mich jetzt hier zu opfern. Ne, jetzt hat sie dich glaub verloren. Und geht wieder Richtung Flo. Okay, das Blut erkennst du hier nicht so gut. Mhm. Ja, es hat mich verloren. Scheiße. Da ist noch ein Jen! Ah ne, der funktioniert schon. Da bist du. Das ist der, an dem du es hast. Nein. Hey Silke. Wuhu. Ist sie noch da? Ich glaube, ich hör sie auf jeden Fall noch. Ja, sie ist grad wieder am Ende vorbei gelaufen. Läuft jetzt in deine Richtung ein bisschen. Ja, die guckt in jeden Raum und rum. Sie kennt sie. Äh, er. Sie kennt ihn. Jetzt läuft sie weg und steht da. Ja, sie klappt auf ihn. Sie steht da. Mit ner Angst hat sie grad auf mich geworfen. Ich will extra, kann die denn werfen? Ist okay. Ja, sie versucht grad zu zielen auf mich drauf. Schaffts aber nicht. Lauf, du hast geliehen ne Zeit. Danke. Oh, sie geht aber wieder auf ihn, ne? Ja. Scheiße. Lauf schon. Hier ist die Luke! Ah, der Luke! Ähhhhh. Es sieht grad aus. Nein! Da wo er liegt, da wo er liegt! Da wo ich lieg ist die Luke! In dem Raum. Aber sie hat sie auch gesehen. Sie hat sie auch gesehen und äh... Scheiße. Läuft jetzt zu dir oder sucht dich quasi. Die ist immer noch bei mir. Jetzt nimmt sie mich auf. Scheiße. Aber du hast sie jetzt schon zweimal gehangen. Ich bin jetzt tot, ja. Jetzt geht sie direkt zur Luke. Geh du zu dem Ausgang. Ich weiß nicht wo die sind, du bist lustig. Ich hab die noch nicht gesehen. Achso. Achso. Da. Entkomme! Für uns. Ich hör's aber. Aber das ist ne beschissene Stelle wo du da bist. Die kommt von der links... Von links Wasser. Ja. Ich weiß nicht, die hat die gehört. Nein. Hat sie nicht... Lauf! Lauf jetzt! Links rum! Links rum! Ja, aber das schaff ich eh nicht, die zu öffnen. Mach auf! Probier's! Dann gibt's zwei von. Das ist ja nicht wie die einzige. Komm, vielleicht will die Killerin ja auch den... Naja. Ne, das... Das hab ich mir schon mal gedacht hab, was eigentlich eine geniale Taktik ist, wenn man... Anstopp. Hä? Sie wartet jetzt. Ja, wenigstens hab ich die Punkte fürs Öffnen noch bekommen. Ja. Immerhin ätsch was. Ich bin eh tot. Dreh dich nochmal um, ich will den Ausgang sehen! Ich muss dir grade... ihm helfen. Da. Aber beeil dich. Mein erstes Todesbild in der neuen Arena. Ja, der erste Versuch ist doch super gut gestartet. Da freuen wir uns doch alle drüber. Nein, ich hatte keinen Spaß. Ich hab einen Pip bekommen. Oh. Ich hab einen Pip bekommen. Oh. Ich hab am meisten Punkte gemacht. Ne, du warst am längsten gejagt und da drin noch mit... Echt, ja. Und du hast die ganze Zeit Gents gemacht. Vielen Dank.